Sie sehen, wir sind hier auf einem Enteisungsplatz, es hatte etwas Frost über Nacht, angesammelt auf den Flügelflächen. Wir werden das jetzt entfernen, es sind etwa 5 Minuten da und dann sind wir direkt auf der Startpiste, auf der linken Seite sehen Sie bereits. Das heisst, es ist eine sehr kurze Rollzeit und dann, eben gesagt, Piste 32 starten, eine Rechtskurve, dann recht kurz Richtung Bodensee und bereits kurz Richtung Frankfurt.